Und deswegen sage ich, nur weil die nicht alle bei Facebook und Twitter sind, heißt das nicht, dass sie nicht wertvolle Dinge über das Leben wissen. Ich fand, sowas gehört in die Öffentlichkeit und deswegen auch auf diesem Blog. Die Idee, dass Glück eine politische Dimension hat, finde ich sehr wichtig. Es ist nicht so, dass man in der Jugend automatisch glücklicher ist als im Alter. Und unser Hirn spielt uns sehr oft vor, wenn ich das und das erreicht habe, dann beginnt das wirkliche Leben. Das Leben ist jetzt. Manchmal lohnt sich auch tatsächlich auf Eltern und noch viel mehr auf Großeltern zu hören.